Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wie ihr seht, wir sind in der Web App und heute soll es mal den ersten Trading Tipp für FIFA 14 geben. Ja, es werden einige folgen, aber ich habe gedacht, wir starten mal mit einem relativ einfachen und wenn man den um die richtige Uhrzeit anwendet, bringt der auch ganz gut Münzen, muss ich sagen. Und dieser Trading Tipp, dafür braucht ihr nur eure Web App, wie das geht, einige fragen, ja, einige wissen gar nicht, wie man in die Web App kommt. Das will ich nochmal ganz, ganz kurz sagen, das läuft so, ihr habt euch ja damals auf eurer Xbox oder PS3 einen FIFA Account erstellt, das heißt PSN Account und wenn ihr dann in FIFA reingegangen seid, dann habt ihr ja so ein Passwort und eine E-Mail eingeben müssen. So, dann geht ihr einfach auf easports.com slash de slash FIFA slash Football minus Club slash Ultimate Team und dann könnt ihr euch da einloggen mit genau diesen Daten und dann kommt ihr in die Web App, müsst vielleicht noch einen Namen vergeben und könnt dann direkt loslegen und dann seid ihr nämlich hier drin und da könnt ihr alles machen, wie auch an der PS3, nur dass man in der Web App, ja, ganz hübsch traden kann, will ich mal sagen. Und ja, der heutige Tipp, dafür braucht ihr, wie gesagt, die Web App und dazu braucht ihr noch Ultimate Team Trading.net. Ich gebe das mal hier kurz nochmal ein. Ultimate Team, Ultimate Team Trading.net. Ich glaube, das geht auch über UTT.net oder so, irgend sowas in die Richtung. Und diese Seite ist halt diese Seite, die ich hier gerade offen habe. Ja, machen wir das mal weg. Und ihr seht schon, ich habe hier einen Spieler aufgerufen, nämlich den Nawaf Al-Abet. Ihr seht, das ist ein Silberspieler und darum soll es auch gehen. Wir machen heute ein Silbertrading-Video und ihr seht das jetzt gerade, vielleicht jetzt gleich, jetzt seht ihr es, Al-Abet habe ich eben gerade für 1.800 erboten. Ihr seht, vor 16 Minuten war das letzte Update. Also diese Preise sind hier wirklich relativ zeitnah auf der Seite. Die updatet so alle, es kommt immer darauf an, auf den Spieler. Aber hier seht ihr, bei dem Spieler war das letzte Update vor 16 Minuten und da war der günstigste Sofortkaufpreis auf 2.800 und ich habe ihn halt hier für 1.800 erboten. Wie das jetzt genau läuft, wollen wir uns jetzt aber angucken. Ihr geht auf den Transfermarkt. Ja, es könnte ein bisschen dauern, tut mir auch leid, aber mein Internet ist ziemlich am Arsch, weil ich gerade doppelt hochlade und all so eine Scheiße. Ich bin eh nur durchgehend am Hochladen wegen meiner Drecksleitung. Ich hatte jetzt für, um diesen Spieler zu erbieten, hatte ich die Einstellung Silber, diese ALJ-League, also die Arabische Liga und Mindestpreis 1.000 und maximaler Preis 20.000. Das ist auch das Schöne, ihr könnt das eurem Budget anpassen. Das heißt, habt ihr jetzt ein wirklich hohes Budget, könnt ihr da auch zum Beispiel machen, mindestens, ja bei Silberspielern könnt ihr jetzt nicht unbedingt so auf die 500.000 gehen, aber ihr könnt natürlich sowas machen wie 20.000 bis 100.000, sowas in die Richtung, dann halt eher bei teureren Spielern. Allerdings können auch Leute mit weniger Coins, was wahrscheinlich häufiger der Fall sein wird, hier zum Beispiel eingeben, ja ihr könnt im Prinzip auch 500 eingeben, 500 bis 3000 zum Beispiel, geht auch ohne Probleme. Ich hatte mich jetzt einfach mal dafür entschieden, weil ich habe jetzt auf dem Account jetzt gerade mal die 40.000 rumliegen, auf dem Account trade ich auch eigentlich nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier 1.000, 20.000, gebt ihr das ein und jetzt, wir nehmen einfach nochmal diese Arabische Liga, klickt ihr einfach auf die Suche. So, und dann gibt es zwei Punkte. Erstmal, ihr werdet nach und nach die Spieler kennenlernen. Das heißt, wenn ihr dann Spieler findet, ihr sucht immer nach Spielern, jetzt zum Beispiel hier bei ihm ist es ganz schön, für beides ein gutes Beispiel. Jetzt sagen wir mal, ihr tradet schon ein bisschen länger mit Silberspielern, ihr wisst jetzt, oh der Victor Simoes, der geht für 3000. Dann wisst ihr, okay, ich gehe so bis zwei Sechse mit, 3000 wären 150 Coins EA Gebühr. Das heißt, ihr könnt im Prinzip bis 2800 mitgehen und habt immer noch 50 Coins Gewinn gemacht, wenn ihr ihn für 3000 dann losbekommt. Das habt ihr halt so nach und nach drin. Aber am Anfang, wenn ihr anfangt, wisst ihr natürlich nicht so die Preise. Und dann ist es besser, wenn ihr zum Beispiel hier guckt, ja, komm, scheiße ist das, dass es so langsam ist, da ist hier Dosari, ist auf 1300 geboten, machen wir hier schnell Dosari hin. Da ist das Samen al-Dosari, gucken wir hin und komm, 2400 sehen wir. Gut, er steht auf 1300, bieten wir gleich mal drauf, 1400. Ist auch vom Hitler hier, der Hitler, der bietet anscheinend einen Paus der Arabischen Liga an. So, und dann gucken wir mal, ob wir den Kerl kriegen. 233 war es, ne. Also den können wir im Prinzip auch so bis 1.9, im Prinzip können wir ihn auch für 2000 holen. Das ist dann natürlich kein riesiger Gewinn mehr, aber es ist immer noch Gewinn. So, dann schauen wir doch mal, für wie viel wir den kriegen. Gut, im Prinzip, wie gesagt, wir können 2000 machen, wir bleiben immer noch im Plus. Jetzt höher würde ich nicht gehen. Ich glaube, bei 2.1 machen wir immer noch Gewinn. Wenn wir für 2.3 loskriegen. So, dann schauen wir mal, ob wir den Jungen kriegen. Jetzt, hier könnt ihr natürlich nebenbei dann immer noch mal gucken. Hier, das wäre natürlich auch ein interessanter, wo man, ach, wir bleiben einfach bei dem, dann können wir vielleicht hier noch was kriegen. Ich glaube es eher nicht, es braucht nämlich ein bisschen länger. Wie heißt er? Muwal, ach du Scheiße. Jetzt, die Liga ist natürlich ein bisschen schwerer mit den Namen hier. Da ist er Muwalat oder Muwalat. Und der steht bei 2.7. 2.7, 2.700, ja, okay, da können wir eigentlich auf 2.3 können wir da auch mitgehen. Du wurdest überboten. 2.4 ist auch noch, okay. Gewinn ist dann immer noch, okay. Jetzt lasse ich den raus. Den hier haben wir anscheinend gewonnen. Gut, für 2.000 haben wir den hier gewonnen. Und das heißt, 2.300, 5% davon, 2.30, ja, 150. 115, 115 Coins gehen so drauf. Das heißt, knapp 200 Coins Gewinn für den. Ist jetzt natürlich nicht der Hammer. Aber ihr seht, wie schnell man hier Spieler ersteigern kann. Jetzt zum Beispiel Alabet für 1.8 und der geht für 2.8. Da macht man zum Beispiel dann auch wieder mehr Gewinn. Und das Gute daran ist halt einfach, ihr dürft euch auch so, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Es kann gut sein, dass ihr habt den jetzt gesehen, da war der günstigste 2.8. Ihr setzt den für 2.8 rein, der geht nicht weg. Ja, dann lasst ihr ihn halt länger drauf. Dann listet ihr ihn immer wieder, am besten immer für eine Stunde. Und die Leute werden weggehen, definitiv. Ihr müsst euch jetzt natürlich noch reinziehen, ich trade mittags. Das heißt, da sind viele auch mit dabei am Traden. Und wenn ihr das in der Nacht durchzieht, dann habt ihr natürlich nicht so viele Konkurrenz. Und könnt dadurch natürlich auch noch viel schönere Schnäppchen machen. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen weiter, damit ihr seht, wie das so läuft. Und vor allem, wir sind jetzt natürlich auch nur in der ALJ-League da. Ihr könnt das auf andere Ligen auch anwenden. Euch muss natürlich klar sein, wenn ihr das zum Beispiel in so Ligen macht, wie der Premier League, da werdet ihr wahrscheinlich mehr Konkurrenz haben. Jetzt so die Arabische Liga hat trotzdem interessante Spieler dabei, womit ihr schön Coins machen könnt. Und sie ist halt nicht ganz so verseucht mit Tradern. Natürlich auch. Aber nicht ganz so krass. Und ihr müsst jetzt auch bei so Leuten, wo ein Sofortkauf drin ist, wo das Bieten, ja jetzt hier zum Beispiel 2200 und 2400. Der geht für 2,4 nicht weg, also bringt es nichts da, für 2,2 jetzt eins drauf zu bieten. Das ist Schwachsinn. Und deswegen eher nach Spielern gucken, wo gerade drauf geboten wird. Jetzt ist hier natürlich ein bisschen blöd, aber hier können wir mal gucken. Der Simoes ist aber auch relativ beliebt. Das heißt, da könnten auch viele mitmachen. Gucken wir mal kurz. Der Simoes, der geht für, der Viktor, für 1,9. Gut, 1,9 bieten wir auf jeden Fall mal drauf. Bleibt da ein bisschen auf der Beobachtungsliste. Vielleicht haben wir noch welche. Ihr seht, jetzt sind wir hier schon bei sieben Minuten. Da könnt ihr dann immer mal so bis zehn Minuten vielleicht durchgehen. Und dann schnappt ihr euch einfach die nächste Liga, was wir dann auch gleich machen, wenn er jetzt mal hier weitergeht. Du, 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 komm. So. 2,4. Kein Gebot drauf. So. 1,8. So. Bei ihm ist auch ein Gebot drauf. Der ist zwar jetzt auf 14 Minuten. Gucken wir uns trotzdem an. Das ist da Freidi. 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 Ja. Ja. Amit Alfreidi. Der geht für 1,4. Okay. Ja. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für, was man nicht machen sollte. Der geht jetzt für 1,4. Da müssen wir natürlich nicht drauf bieten. Also Sofortkauf ist 1,4. Und der Kerle hier bietet trotzdem 1,4 drauf. Man sieht hier das letzte Update vor 6 Minuten. Das heißt, der billigste wird wahrscheinlich noch drauf sein. Ihr seht übrigens auch, wenn ihr hier weitergeht unten auf der Seite, seht ihr auch die ganzen einzelnen Auktionen. Das heißt, ihr seht die Chemistry Styles. Ihr seht die Position. Ihr seht, wie lange sie noch laufen. Und könnt euch hier dann natürlich auch einen Überblick verschaffen. Hier seht ihr auch, ist im Prinzip, wenn ich das gerade so sehe, im Prinzip sollten das alle Auktionen sein. Und wenn man da sieht, der 1,4 hier, der ist ganz schön allein gestellt hier. Die anderen sind alle über 2.000, alle Preise. So kann man natürlich dann auch mal nachschauen. Und wenn man denkt, der ist jetzt relativ billig und jetzt sind vielleicht nur nicht so viele auf dem Markt, die jetzt so einen haben wollen, da kann man vielleicht so einen auch mal mitnehmen. Also wenn du den jetzt für 1,4 mitnimmst, wirst du wahrscheinlich keinen Verlust machen. Ich denke mal, wenn man den durchgehend für 2.000 reinstellt, dann wird der auch für 2.000 weggehen. Können wir ja einfach mal... Ja, okay, der ist jetzt für 1,5. Aber wir können den Alfredi ja... Ach nee, ich will jetzt nicht extra den Kerle suchen. Wir gucken dann lieber nochmal hier ein bisschen weiter. Hier soll es jetzt auch eher um die Beat-Methode gehen. Natürlich, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Simo ist, haben wir eben gesehen, der geht für 1,9. Wenn wir jetzt natürlich einen sehen sollten, der für 1,5 drauf ist, kann man natürlich einfach dann Sofortkauf mitnehmen. Das wird natürlich in den ersten Minuten hier, wir sind ja hier eher in den Anfangsminuten, wird das relativ selten der Fall sein. Und deswegen geht es hier halt eher um das Bieten. So, wie gesagt, hier sind wir jetzt schon bei 20 Minuten, weil es ist halt auch einfach so, dass da nicht so viel auf dem Markt ist. Rafinha jetzt ZM, okay. So, gucken wir hier nochmal auf die Beobachtungsliste, was wir da so überhaupt drauf hatten. Die zwei haben wir schon bekommen. Simoes sind wir noch vorne. Läuft noch 2 Minuten. Dann können wir schon mal hier die nächste Liga reinmachen. Aber dann sollten wir nochmal auf die Beobachtungsliste schauen, dass wir den Simoes hier erbieten. Und dann nächste Liga. Ich muss sagen, in den kleineren Bereichen habe ich noch nicht so getradet, deswegen machen wir jetzt einfach mal irre Devise. Ich trade eigentlich mit ein bisschen teureren Spielern. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welche Ligen so ganz gut gehen. So, dann gucken wir jetzt mal die erste Seite durch. Die Pay ist natürlich ein interessanter. Wie heißt der hier? Wilhena. Ja, interessiert mich jetzt einfach mal, weil Sofortkauf und Startpreis so weit auseinander liegen, ob der nicht vielleicht für diese 7000 doch ein Schnäppchen ist. Ne, der geht für 7000 und hier ist der Startpreis 7300. Deswegen ist das für uns nicht interessant. 7300. 7300. Ja, die hat alle irgendwie aufgekauft. So, die Pay 15k Kakuta. Und, ja gut, auch kein interessanter. Jetzt gehen wir nochmal schnell auf die Beobachtungsliste. Ob der Simoes hier noch am Start ist. Ja, ist er noch eine Minute. Ja gut, können wir nochmal eine Seite weiter plättern. In der holländischen Liga. So, nochmal schnell suchen. Allgemein könnt ihr das natürlich auch so machen, dass ihr gar nicht Liga beschränkt macht. Das ist natürlich auch nicht schlecht und auch eine gute Variante. Aber, das müsst ihr für euch selber rausfinden. Hier zum Beispiel Sigurdachson. Hm. Wie schreibe ich denn den am besten? Dieser vierte Buchstabe ist mir nicht bekannt und den kann ich auf meiner Tastatur leider auch nicht eingeben. Was ist denn der für ein Rating? Das könnte der doch sein hier, oder? Ajax passt nämlich auch. 74er ist er auch. Das ist er. Das müsste er sein. 1400 geht der Junge. Ist jetzt auf 1000. Ja, kannst du auch 1100 draufballern auf den Kerle. Machen wir einfach mal. Dann haben wir hier noch den Fischer. 3-2. Nee. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Van Arnholdt. Van Arnholdt hier. 5-7 ist er. Gucken wir uns da mal an, wie viel der so geht. Das war ja einer der Spieler, der mich ziemlich abgefuckt hat, weil er wirklich gut gespielt hat, der Außenverteidiger. Der geht für 6000. 6000 sind 300 Coins EA Gebühr. Ja gut, deswegen, das lohnt sich jetzt für uns leider nicht mehr. Der ist schon auf 5-7. Deswegen interessiert er uns jetzt nicht. Hier wussten wir schon, der geht für 1400. Deswegen nicht so interessant. Re-Kick. 6-6. Ja, wenn da noch nicht mal ein Gebot drauf ist, ist das glaube ich kein Hammer-Deal jetzt. 5-6. Van Rinn. Schöne. Nee, auch nichts Interessantes. Oh, jetzt. Ich glaube, ein Simoes haben wir jetzt verpasst, weil ich schon wieder so viel gebabbelt habe. Oh, wir haben sogar bekommen. Ja, seht ihr mal. 1200 bekommen und der günstigste Sofortkauf war eben noch 1900. Also, es geht voran. Hier den Jungen. Ja, nee. Bieten wir nicht mehr. Ich könnte jetzt 1300 bieten. Die EA-Gebühr wären 70 Coins. Das heißt, wir würden immer noch 30 Coins Gewinn machen. Aber das ist jetzt eher für mich nicht so interessant. Deswegen schmeiße ich den mal hier raus. Dann geht es wieder auf den Transfermarkt. Und wir machen weiter. Jetzt machen wir zum Beispiel mal Ehredivise. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher Minute wir waren. Aber wir gehen jetzt mal auf beliebig. Wir gucken uns jetzt alle Ligen an, was Silber betrifft. Meine Preise lasse ich so drin. Na komm, push dich. Da sollten wir nämlich dann schnell mal was finden. Natürlich könnte es dann auch sein, dass wir da ein bisschen unter Zeitdruck geraten. Van Anhalt war der eine. Ja, das wissen wir ja. So, und wie gesagt, wir gucken jetzt nach Spielern, wo ein Gebot drauf ist. Weil dann wissen wir schon mal, dass am Minimum das wahrscheinlich wert ist. Manchmal ist es ja wirklich so, dass die Leute sogar über einen Sofortkauf bieten. Deswegen sollte man auf keinen Fall sofort bieten. Man sollte immer erst gucken, wie sich der Preis so widersteht. Oder man weiß halt, wie der Preis ist. Das wäre natürlich das Beste. Aber das kriegt man auch so nach und nach mit. Also ich, wenn ich jetzt mit den etwas teureren Spielern trade, weiß meistens, was sie für Preise haben. Und weiß, ob ich da jetzt sofort mal ein Gebot draufklatschen kann. Oder ob ich lieber nochmal nachschauen sollte, wie es jetzt momentan aussieht. Aber das kriegt man da nach und nach rein. Je nachdem, wie lange man schon mit Silberspielern tradet. Oder auch mit Goldspielern natürlich. So, 7, 8. Hier ist jetzt alles mal nichts dabei, wo schon ein Gebot drauf ist. Rosi, ne, ja, hier ist zwar 2,6 Start, aber ich glaube, der kostet auch nicht so viel. Ich glaube, der kostet auch nur 2,5 bis 3. Hier ist ein interessanter Quang. Ich gebe mal Quang ein. Ich glaube, Quang Sook oder so heißt der. Quang. Komm, push dich. Kim, Quang, Sook. Na, komm. 3,9. Steht auf 3,4. Könnten wir für 3,5 mitnehmen. Ach, das ist der mit 93 Pays. Ja, für 3,5 würde ich ihn mitnehmen. Da machen wir nämlich immer noch einen ganz guten Gewinn bei dem Jungen. Ist jetzt natürlich nicht hoch bewertet oder sonst was. Bei dem geht es halt wahrscheinlich einfach nur um den puren Pays. Weil da halt ein IV mit 93 Pays ist. So, und anscheinend kriegen wir den für 3,5. Ja, haben wir auch gekriegt für 3,5. Sehr schön. Geht es weiter auf die nächste Seite. Und was haben wir dann da noch? Wenn ihr jetzt natürlich gerade nicht am Hochladen seid, etc. Und das Internet ein bisschen besser am Laufen ist, dann geht das auch hier viel schneller, so durch die Karten zu switchen. Bei mir dauert das jetzt ja immer Stunden, als ob ich hier, keine Ahnung, was für einen Rechner hätte. Also, und Internet. Aber das kriegt ihr dann nach und nach. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr das macht, dass das dann noch um einiges flotter geht. So, auf der Seite auch nichts dabei. Ab auf die nächste Seite. Na, so. Hier ist auch was. Yeong Ho. Yeong Ho. Oh, Yeong heißen einige. Scheiße. Da muss ich mal jetzt kurz gucken. Yeong Ho. Aber hier, das... Oh, da war er doch. Ich weiß jetzt nicht, warum er hier aus den Silberspielern weggeht. Was soll denn das? Ach man. Yeong. Eben hat er nämlich angezeigt. Da ist er. Ho, das ist der nämlich von Augsburg. 10.500. 10.500. Ja, okay. Das wird dann natürlich eng. 9.800 kannst du machen im Prinzip. Das ist dann halt immer die Frage, ob du das machen willst bei so Spielern. Weil eventuell nimmt es euch halt den... Ja, sozusagen euer Budget. Wenn ihr jetzt wirklich nur wenig Budget habt und den dann vielleicht 2-3 Stunden drauflassen müsst, könnt ihr das eher in andere investieren. Ich hätte jetzt für 9.800, hätten wahrscheinlich auch bekommen und natürlich hätten wir dann auch Gewinn gemacht mit ihm. Aber ihr müsst halt immer abwiegen, wie viel Budget ihr zur Verfügung habt und ob es sich lohnt, jetzt auf den zu bieten. Oder ob ihr lieber 4, 5 andere Spieler draufnehmt und dann vielleicht insgesamt dadurch mehr Gewinn macht. Das müsst ihr halt immer sehen. So, Osman ist nichts Interessantes. Leonardo. Silberspieler sind halt momentan wirklich zum Traden noch richtig ordentlich. Ihr könnt dieselbe Methode natürlich auch mit Goldspielern machen. Allerdings geht es bei Gold definitiv schwerer. Da habt ihr eigentlich bei jedem Spieler einen dabei, wo jemand anders mitbietet. Und das wird dann immer relativ knapp am Ende. Deswegen versucht das mal hier mit den Silberspielern zu machen. Das klappt wirklich gut. Ihr seht es auch. Also ich meine, ich bin jetzt hier eher am Erklären und nicht am Traden. Und trotzdem hat es schon ganz gut geklappt hier. Gucken wir uns natürlich gleich nochmal an. Mal gucken, ob hier bis zum Ende noch was dabei ist. Das sieht mir aber nicht danach aus. Dann gehen wir nochmal raus hier. Und ja. Im Prinzip könnte ich auch die obere Grenze rauslassen. Nur die untere rein. Mit nicht diese ganzen Abstoßspieler kommen. So. Dann können wir hier nochmal ein bisschen durchgucken. So, das ist auch nichts Interessantes. Ne, ne. Einen wollen wir uns nochmal angucken. Aber ich gehe jetzt am besten mal weiter. Weil bei der Zeit, selbst wenn ich da ein Schnäppchen in Anführungszeichen dabei hätte, ich kriege das jetzt gar nicht hin, den noch auf der Seite zu checken. Weil, wie gesagt, Internet ein bisschen am Arsch. So, gehen wir jetzt einfach mal auf die Seite. Da könnte es dann schon eher passen mit der Zeit. Joa, 27 Sekunden, das ist dann schon besser. So. Muss man mal irgendwo ein Gebot finden. Da haben wir eins. Das ist der Rootledge oder sowas. Rootledge. Da ist er. Rootledge, 74er. Was kostet er? Komm. 1300. Und der ist jetzt auf 1100. Also nö, nichts so Interessantes für uns. Könnte man natürlich machen. Aber, muss jetzt nicht sein. Also man macht dann immer noch Gewinn. Aber, ist ja jetzt zu marginal. Also, bringt jetzt nicht so viel. So, gucken wir mal weiter. 1000. Hier, der wird bei 1000 starten. Hm. Ne, ich glaube, der ist eh nichts wert. Bolli. Ne. 6000 starten. Haynes. Stürmer. Das ist bestimmt Endpower. Aber, wenn da keiner drauf bietet, bei so 1000 dann hier. Dann werden sie es meist auch nicht wert sein. Gucken wir uns nochmal die nächste Seite an. Quintero. Auch überall kein Gebot drauf. 6,9, 6, wop, wop. Da haben wir noch eins. Hier bei Meier. Meier. Von Schalke. Äh, Maximilian Meier. 65er ist der. Und, ja, okay. 20.000. Okay, den hat irgendwer geprice-fixed oder so. Ach, da ist nur ein einziger auf dem Markt. Hm. Ich glaube, da nehme ich den mal mit. Ist nur einer für 20.000 auf dem Markt. Den packe ich einfach mal ein. Und mache den für 15.000 drauf direkt. Vielleicht will ja irgendwer was da so für ihn ausgeben. Ich meine, er hat übelst scheiß Werte. Er hat einen scheiß Schuss. Er hat einen scheiß Pass. Dribbling ist gut und Verteidigung und Kopfball ist auch scheiße. Also, jetzt nichts Besonderes an dem Herrn dran. Aber da er jetzt nur einmal auf dem Markt ist. Ich packe ihn jetzt mal gleich direkt für 15.000 auf dem Markt drauf. Vielleicht kauft ihn ja irgendwer. Das passiert echt des Öfteren mal. Wenn die Leute nicht auf dem Markt verfügbar sind. Dann gucken wir uns nochmal die nächste Seite an. Was da so rumläuft. Nichts Interessantes. Putty. Auch nichts. Und wenn ihr das natürlich in der Nacht macht. Da macht ihr halt wirklich pro Spieler. Wenn ihr in der Nacht traden könnt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Macht ihr pro Spieler halt wirklich guten Gewinn. Weil halt auch nicht so viel Konkurrenz ist. Piaty. Da ist hier noch ein Gebot auf dem Martins. Ich glaube, der geht knapp über 3.000. Gehen wir mal schnell hoch. Martins. Der ist von Porto glaube ich oder sowas. Oder nee. Von Sporting. Da ist Andre Martins müsste es gewesen sein. Der geht für 3.000. Steht jetzt auf 2.7. Ja, man könnte jetzt 2.8 machen. Macht 50 Coins. Gewinn ist jetzt aber nicht der Hammer. Deswegen lassen wir es. 1.3. Auch nichts Interessantes. Auch nicht. Also wie gesagt. Ihr könnt immer natürlich bis zur Grenze. Wo ihr Gewinn machen würdet. Bieten. Ist natürlich überhaupt kein Problem. Weil ihr macht dann keinen Verlust. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Spieler länger braucht. Bis er weg ist. Aber weg gehen tun sie im Prinzip immer alle. So. Dann gucken wir jetzt hier nochmal durch. Van der Wiel. Ihr macht dann halt auch mal so ein Schnäppchen hier. Ich habe die. Ich glaube vorgestern Nacht war es. Da habe ich glaube ich 5 Drochowskis unter 5.000 erboten. Und alle für über 10.000 verkauft. Das ist natürlich dann auch mal was anderes. Und vor allem das. Würdest du tagsüber wahrscheinlich eher nicht so hinkriegen. Aber es kommt halt immer auf die Spieler dran. Kebe. Premier League. Da kann doch was bringen hier der Junge. Jimmy Kebe. Ach nee. Der ist gar nicht mehr Premier League. Das Endpower Championship jetzt oder so. 1700. Ja und 1.3 auf jeden Fall. Mal gucken. 1.700. 170. Ja 85 Coins Gebühr. Joa. Da wäre es ja mit 1.3 ganz ordentlich. Können wir natürlich auch 1.4 machen. Auf jeden Fall. 1.5 könnte man immer noch machen. Macht man immer noch über 100 Coins gewinnen. Aber 1.3 kriegen jetzt wäre natürlich noch hübscher. Joa. Sieht gut aus. Kebe auch noch mitgenommen. Sehr schön. So. Gucken wir jetzt. Achso. Die sind jetzt natürlich alle abgelaufen. Das bringt jetzt nichts da weiter zu gucken. So. Nächste Seite. Ja komm. Push dich. 9.000. Nix gebot. Oh. Was ist aber hier? LV mit 6. Achso. 1.8. Russische Liga. Ne. Ich glaube das lassen wir mal. Ich hätte natürlich jetzt gucken können. Aber das ist irgendwie. Ich glaube den hat irgendwer geprice fixed. Weil der ist hier überall auf dem gleichen Preis. Und ja hier ist er jetzt auch schon wieder 2.1 Sofortkauf. Ich habe erst gedacht weil der erste so teuer war. Dass der hier vielleicht günstig wäre. Aber da hat nur wieder irgendwer geprice fixed. Oduro hier noch aus der MLS. Ja eigentlich war ja relativ teuer mal. Ich gucke mal was der so kostet jetzt. Momentan. Dominik Oduro. 850. Ne. Dann nehmen wir dich leider nicht mit jung. So. Mariapa hier. 8.100. Mariapa. Das ist zum Beispiel so einer. Den kriegst du wahrscheinlich meistens nicht sehr viel günstiger. Weil die Leute den halt auch gerne spielen und einfach haben wollen. Der geht für 8.9. Ja man könnten für 8.2 jetzt mitnehmen. Ja gut 8.2 geht es jetzt auch schon wieder höher. Wir können uns ja mal angucken für wie viel er raus geht. 8.3 könntest du da auch immer noch machen. Wann wurde der das letzte mal aktualisiert? Vor 9 Minuten. Ich meine ihr müsst euch natürlich. Ihr müsst die auch nicht dann zu diesem Preis reinstellen. Jetzt zum Beispiel von Mariapa. Da seht ihr 9.1 gibt es dann noch einen. 9.2. Also ihr könnt den auch natürlich für 9.000 dann reinstellen. Ihr müsst ja nicht unbedingt der aller aller billigste sein. Wie jetzt hier diese 8.9er. Ihr könnt den ruhig auch für 9.000, 9.100, 9.200 reinstellen. Der wird trotzdem weggehen. Deswegen hätte ich den jetzt im Prinzip für 8.3 auch mitnehmen können. Und hätten einfach für 9.3 oder so draufgestellt. Dann hätte es immer noch einen schönen Gewinn gegeben. Ihr könnt natürlich auch mal bei den Non-Rare Spielern gucken. Es gibt teilweise Non-Rare Spieler die einiges kosten. So. Oh ich sehe jetzt das Video schon wieder. Ganz schön lang. War gar nicht so geplant. Wir gucken jetzt hier nochmal durch. Trochowski 15.5. So. Ist jetzt keiner mehr dabei anscheinend. Nein. Ist keiner mehr dabei. Deswegen gehen wir jetzt hier auf die Beobachtungsliste. So. Komm. Push dich mal. So. Auf der Beobachtungsliste. Ah. Ich habe Maier doch nicht bekommen. Das war wieder so ein scheiß Anzeigefehler von EA. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin eigentlich drauf geblieben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Das hätte ich gerne mal gemacht. So. Jetzt haben wir insgesamt fünf Spieler hier auf der Liste drauf. Und. Ja. Wie viel Gewinne machen wir da circa? Keine Ahnung. 600. 1600. Ja. 2000. 22. Ich würde mal sagen so um die 3000 Coins. Jetzt in 25 Minuten. Und vor allem. Ich habe jetzt wie gesagt erklärt dabei. Wenn ihr jetzt normal tradet. Und da wirklich alles am durchgehen seid. Dann könnt ihr das natürlich ohne Probleme viel viel erhöhen. Also das heißt viel mehr Profit machen. Und wenn ihr es natürlich noch zu besseren Zeiten macht. Das heißt abends. Beziehungsweise eher nachts. Und morgen frühs. Da klappt das natürlich noch um einiges besser. Ihr müsst halt gucken wie ihr das macht. Ob ihr euch liegen raussucht. Ich finde das mit liegen raussuchen teilweise auch besser. Aber das müsst ihr halt sehen wie ihr das macht. So jetzt mache ich mal hier. Bitte ich die nochmal schnell an. Den hier für 2800. 2700. Für eine Stunde. Und es ist jetzt halt so. Jetzt haben wir mittags. Ja okay. Es kommt immer darauf an. Lasst euch halt wirklich nicht davon verunsichern. Wenn die Spieler nicht sofort weg gehen. Das wird euch öfter passieren. Aber in der Zeit könnt ihr weiter eure Trade Pile füllen. Und könnt dann weiter investieren. Wenn ihr jetzt natürlich keine Coins habt. Ist natürlich blöd. Aber irgendwer verkauft sich immer. Ich weiß jetzt die Preise gar nicht mehr. Alle muss ich da mal gucken. Die anderen drei setze ich da noch drauf. Das wäre im Prinzip der erste Trading Tip. Ist ein bisschen länger geworden. Aber wenn ihr den einfach so ausführt. Wie ihr ihn jetzt gesehen habt. Dann könnt ihr wirklich ganz ganz easy Coins machen. Und das kann man halt wirklich auch nebenbei machen. Das heißt ihr schiebt euch einen Browser so ein bisschen zur Seite. Könnt eigentlich das machen. Was ihr normal da im Internet macht. Und nebenbei ballert ihr dann halt mal ein paar Gebote drauf. Und dazu braucht ihr einfach nur die Web App. Und ultimate team trading.net Jo. Ich kann ja nochmal für euch gucken. Ich glaube da gibt es nämlich auch einen kürzeren Link. Gehen wir mal auf die Startseite. Ja hier seht ihr es. Der Kurzlink ist utt14.com Also über utt14.com Kommt ihr auch auf diese Seite. Hier habt ihr es gesehen. Ich bin jetzt hier drauf gegangen. Seid ihr trotzdem auf dieser Seite. Und dann braucht ihr einfach nur hier oben die Leiste. Gebt die Spieler ein. Seht sofort den Sofortkaufpreis. Den billigsten. Und könnt dann demnach bieten. Jo. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Erstes Trading Video. Schön dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat. Like da lassen. Schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao. Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist. Mit Kampfpreisen.